Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Nein! 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 Das machst du nie wieder mit mir! Geh rein, du! Die Kuralne zu hier! Sitze ich mal hinten, Bruder! Was ist los mit dir? Du hast alles kaputt gemacht. Willst du noch Sofa kaputt machen? Ich reibe dich doch nicht an! Warum bist du so aggressiv, wenn ich aggressiv bin? Ich reibe dich doch gar nicht ab, Bruder! Bruder, guck mal was du machst! Funktioniert überhaupt noch etwas hier? Bruder, das Spiel tut dir nicht gut! Ja, aber du weißt doch, ich zock doch gerne! Ich brauche was zum zocken! Ich weiß, Bruder, deswegen habe ich was für dich! Ein neues Fernseher? Nein! Okay, dann will ich nichts! Bruder, guck dir das Spiel doch an! Guck doch einmal nur an! Was denn? Genshin Impact, ne? Beste Spiel ever! Das Spiel macht dich auch nicht aggressiv, du flippst nicht aus, du machst auch nichts kaputt! Guck mal, Bruder, ich zeig dir jetzt! Bruder, du hast auch dein Handy, lad doch einfach runter und ich kann auch spielen! Spann dich doch mal! Sei doch mal nicht so aggressiv! Bruder, ich bin doch gar nicht aggressiv! Wie heißt das hier? Warte, Genshin Impact? Ja! Genshin Impact! Wahnsinn, Wahnsinn! Hab ich dir eigentlich gesagt, wie korrekt du bist, Bruder? Ich kiss auf dein Herz! Dann spiele ich es gut, ne? Ja, ja, ja! Scheiße, ich habe keinen Akku mehr! Wo ist das Problem? Ich kann nicht spielen, Bruder! Das ist kein Problem! Geil! Dankeschön, Bruder! Akku! So, Jungs! Jetzt los, Bruder! Gib Gummis! Pass auf, Alter! Wee! Wee! Aber nicht da, Bruder! Geh mal nach links! Geh mal nach links! Links! Genau! Links! Warte! Da! Hallo? Hallo? Ja, Bruder, ich bin bei einem Freund, ja? Hat der gerade Bruder gesagt? Ja! Wenn du willst, komm vorbei! Nein! Komm vorbei, Bruder! Hey! Nein! Ich bin hier, ich schicke dir den Standort! Okay, Bruder! Was? Jungs! Entspannt euch mal! Das ist ein guter Freund! Wir kennen den nicht! Der kommt nicht hierhin! Niemals! Willst du mich verarschen, Liebe? Nein! Wo ist das Problem? Was war es denn mit unserem Pakt? Was haben wir denn damals ausgemacht als Kinder? Der kommt für eine halbe Stunde und geht wieder! Der Kreis bleibt klein! Keiner kommt hier rein! Ja, ich weiß! Der Kreis bleibt klein! Ja, aber er kommt nur auf einmal an! Wir sind die Gamer Bros! Und wir sind zu dritt! Und wir bleiben zu dritt! Jungs, macht euch keinen Kopf! Wir sind die Gamer Bros! Ich weiß! Der will gar nicht zocken! Der will nicht spielen! Ich rasse was nicht, ne? Was macht der da, ja? Ich verstehe auch nicht, warum du so was machst, Bruder! Wie schnell ist der denn da? Hat der draußen gewacht oder was? Nein! Geh nicht! Nein! Hallo! Geh mal hier! Geh mal hier! Geh mal hier! Geh mal hier! Hallo, mein Name ist Joseph! Alles gut! Dieses Mal schon ein bisschen zu gelohnt, weißt du? Und dann... Ich verstehe auch nicht, Bruder! Verstehe auch nicht, Bruder! Verstehe auch nicht, Bruder! Verstehe auch nicht, Bruder! Was machen die ganze Zeit da? Ey Bruder, die Spielen! Das ist so ein Ding von uns! Das machen wir seitdem wir klein sind, weißt du? Jungs, soll ich irgendwas zu viert machen? Was? Lasst uns Genjet Impact zocken! Weil es da einen Code-Modus gibt! Hast du nicht gesagt, er will mit uns nicht spielen? Oh, ich hab doch nur gefragt, ja? Ja, okay! Aber nur wir drei, ohne ihn! Ja, aber... Ich will doch gar nicht zocken! Soll ich euch mal einen Stuhl geben? Wollt ihr euch beide hier hinsetzen? Komm, komm, komm! Was guckst du überhaupt so? Willst du spielen? Niemals! Bruder, was haben die? Der hat doch nichts gesagt! Ich hab doch geredet! Ist mir scheißegal! Ob der redet oder du redest! Ihr seid mir beide scheißegal! Hey, was hast du? Du mir eigentlich nicht, aber er schon! Ihr seid beide zusammen! Ihr seid beide scheißegal! Wir gehören zusammen! Du eigentlich auch zu uns! Du nicht! Geh raus! So, das reicht jetzt! Komm, bis jetzt nach Hause! Chill! Nein! Nicht chill, Bruder! Du kommst ja rein! Wir gehen mit dir! Du gehst nach Hause! Du gehst nach Hause! Du gehst zu uns! Wir sind die Gamble Brothers! Für immer! Wir sind zu drinnen! Wir bleiben zu drinnen! So, Freunde! Checkt auf jeden Fall Genshin Impact ab! Kostenlos auf PS5, PC oder auch Mobile! Link dazu in der Videobeschreibung! Benutzt den eingeblendeten Bonus-Code für 60 Prime-Mate! 5-Adventure-Experience kostenlos! Ich küsse euch auch und danke für den krassen Support! Ich liebe euch! Peace out! Auf Wiedersehen!